Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch hier eine tolle Angriffspartie von mir präsentieren und euch einfach mal Ideen zeigen, wie man taktische Motive in einer Partie nutzen kann, wie man Komplikationen hervorrufen kann und wie man es vielleicht schafft, eine Glanzpartie zu spielen. Viel Spaß damit! Ich habe hier vor ein paar Tagen eine Blitzpartie gespielt und möchte euch die einfach mal zeigen. Die Eröffnung ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ich will so einen Aufbau, der so ein bisschen anfängerhaft aussieht, aber gar nicht so blöd ist. Man kann das durchaus machen. Er ist sehr flexibel. Man schettiert die beiden Läufer, entwickelt erstmal seine Figuren. Weiß hat hier viele Möglichkeiten dagegen zu spielen, weil das Ganze ist natürlich sehr passiv als Schwarzer. Man hält sich erstmal zurück. Aber wie gesagt, ist es sehr flexibel. Ich kann sowohl eben hier C5 als auch später vielleicht F5 spielen. Ich kann D5 spielen, E5 spielen, kurzrochieren, langrochieren. Und hier ist vieles möglich. Sowohl ich habe viele Möglichkeiten als auch Weiß. Springer A3. Wollte nach B5, deswegen H6. H3. Weiß ich nicht genau, ob das nötig ist. H6. Und ich warte hier noch ein bisschen ab mit meiner Rochade, weil ich noch nicht ganz weiß, ob ich kurz oder langrochieren will. Und jetzt spielt Weiß auf einmal G4. Und G4 war jetzt für mich ein ganz klares Zeichen. Na gut, jetzt will ich sicherlich nicht mehr kurzrochieren, denn er ist hier ganz schön weit vorgeprescht, schwächt sich hier, bereitet selbst vor, hier vorzugehen. Deswegen bringe ich meinen König natürlich jetzt an den anderen Flügel und möchte hier die geschwächten Bauern ausnutzen, um hier selbst was zu öffnen. Also langrochharde. Jetzt geht mein Gegner hier im Zentrum vor. Ich ebenfalls. Ich möchte jetzt die Stellung ein bisschen öffnen. Und insbesondere, weil ich jetzt gerade ein bisschen besser entwickelt bin. Der Springer steht hier ein bisschen komisch, der Läufer ist noch nicht entwickelt. Weiß macht hier zu. Ich spiele jetzt erstmal König B8. Muss man sicherlich nicht machen, aber das ist oft bei der langen Rochade ein sinnvoller Zug. Geht aus der Ziellinie raus. Geht aus dieser Diagonalen raus. Bereitet selbst mal vor, in die Ziellinie zu gehen. Läufer E3 entwickelt sich. Und jetzt knacke ich hier das Zentrum an, denn ich will ja die Stellung öffnen. Ich will hier die Linien und Diagonalen in diese Richtung öffnen. Weiß spielt Dame F2. Ich möchte weiter öffnen, also jetzt hier H5 mit der Idee, die H-Linie zu öffnen. König G2. Mit der Idee, sich in der H-Linie gegenzustellen, nachdem die H-Linie aufgeht. Ich tausche jetzt hier ab. Und eine interessante Idee wäre es jetzt hier gewesen, mit G5 weiter zu machen. Ihr seht, jetzt öffnet sich hier irgendwie alles. Die Diagonale öffnet sich und alle Figuren kommen irgendwie ins Spiel. Ich habe mich jetzt für etwas anderes entschieden. Ich möchte das, wie gesagt, gerne hier öffnen. Mein Gegner möchte gerne das hier öffnen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal hier getauscht und jetzt C4 gespielt, um das Ganze hier geschlossen zu halten. An dem Flügel möchte ich das Ganze geschlossen halten, weil mein König da steht. Der Gegner will hier Linien öffnen, denn er will hier angreifen. Läufer C2 und Turm F8 geht in die offene Linie. Jetzt habe ich hier zwei sehr aktive Türme. Was ein bisschen fehlt, ist genau dieser Öffnungsaspekt, den ich gesagt habe. Der Läufer beißt hier auf Granit. Der Läufer beißt hier auf Granit. Und jetzt kommt Läufer G5. Und jetzt sind wir an einem der entscheidenden Momente der Partie angekommen. Ich habe jetzt ein taktisches Motiv gesehen. Und ich will euch jetzt einfach mal zeigen, wie man aus taktischen Motiven Züge finden kann, Opfer finden kann, mit denen man die Stellung auf einmal deutlich taktischer machen kann und verschärfen kann. Ich habe jetzt hier diese Fesslung gesehen. Zusammen mit diesem Turm dachte ich mir, wow, das ist doch schon richtig übel mit diesem Läufer. Das Problem ist, die Diagonale, die ist ja noch gar nicht auf. Aber ich würde sie jetzt gerne aufbekommen. Und so erklärt sich jetzt mein nächster Zug. Wenn ihr wollt, haltet das Video auch gerne an. Ich habe jetzt natürlich schon vieles verraten und versuche den Zug zu finden. Ich verrate ihn euch, Springer E5. Ich möchte hier, dass dieser Bauer weggeht und ich möchte die Diagonale frei opfern. Und der Zug ist tatsächlich gut. Der Computer gefällt es sogar und das will was heißen. Das war jetzt eher so spekulativ. Das konnte ich hier nicht durchrechnen. Es folgt. D schlägt. E5. Der Springer ist ja gefesselt. Der Springer kann ja gar nicht nehmen. Deswegen so rum. Und jetzt muss ich natürlich weitermachen. Bevor weiß die Möglichkeit bekommt, dieses Feld zu blockieren, muss ich den jetzt auch opfern. Darum ging es ja. Freilegen der Diagonalen. Und jetzt drohe ich schon auf F3. Was? Und deswegen nimmt weiß den jetzt hier mit der Dame. Damit er diesen Springer hier doppelt überdeckt. So, wie macht man jetzt hier weiter? Haltet gerne das Video an. Und versucht den Zug zu finden. Ich verrate es euch. Man muss hier maximal aktiv werden. Man muss hier maximal aktiv werden. Ich habe schon super aktiven Läufer. Ich habe hier schon super aktive Türme. Es gibt noch eine Figur, die nicht so richtig dabei ist. Der Springer natürlich. Aber vor allem der Läufer. Der Läufer ist noch nicht mit dabei. Und jetzt schaut euch das an. Den nächsten Zug. Wunderschön. Läufer E5. Der Springer ist ja gefesselt. Und schaut euch mal diese beiden Läuferpaar an. Diese Läufer an. Das ist wirklich ein traumhaftes Läuferpaar. Das ist eine traumhafte Angriffsstellung. Und das Ganze. Schaut euch nochmal diese Stellung an. Hier ist noch nichts davon zu sehen. Und jetzt diese taktische Sequenz. Innerhalb von 3, 4 Zügen. Habe ich hier auf einmal diese traumhafte Angriffsstellung bekommen. Und ja. Weiß nimmt jetzt hier auf C4. Und jetzt seid ihr dran. Schwarz am Zug setzt Matt. Schwarz am Zug kann das jetzt nutzen. Seine Angriffschancen. Und setzt Matt in 4. Haltet das Video an. Ich verrate es euch. Und ihr habt gleich nochmal eine Chance einzusteigen. Wenn ihr es nicht findet. Das erste. Ist hier dieses Turm H2 Schach. Warum? Der Springer ist gefesselt. Jetzt muss der König nach G1 zurück. Und jetzt Vorsicht. Jetzt ist dieser Springer nicht mehr gefesselt. Der könnte jetzt vielleicht mal daneben. Oder sowas. Und jetzt. Wie gesagt. Haltet ihr gerne wieder das Video an. Wenn ihr es noch nicht gefunden habt. Wie setzt man hier Matt? Man braucht eine Idee. Man braucht. Oft ist es einfach eine Idee. Und ich hatte jetzt die richtige Idee. Und zwar habe ich gesehen. Ich brauche meine Dame. Ich brauche meine Dame zum Matt setzen. Wo hätte ich meine Dame gerne? Und so fiel mir ein. Ich hätte meine Dame gerne auf G3. Denn das ist ja schon Matt. Und wenn man das weiß. Findet man den Zug. Sobald ich sie weiß. Ich möchte die Dame auf G3 haben. Stört mich nur noch der Läufer. Wie kriege ich den Läufer weg? Na möglichst zwingend. Und wie ist es zwingend? Mit Schach. Läufer D4 Schach. Das ergibt sich fast von selbst. Ich möchte mit der Dame rein. Ist es Schach. Und schaut mal. Das ist eine schöne Stellung. Weiß kann den Läufer mit drei Figuren nehmen. Egal was kommt. Dame G3 ist danach Matt. Torm F2 würde das Ganze noch einen Zug herauszögern. Nach Dame G3. Mein Gegner gab hier auf. Ja wie ihr seht. Eine wunderschöne Angriffspartie. Die einfach aus diesem Motiv mit dem Läufer entstanden ist. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Mal so eine taktischen Motive. Wenn ihr sie kennt. Traut euch auch mal zu opfern. Traut euch auch mal zu opfern. Gerade in so einer Blitzpartie. Dann ansonsten werdet ihr nämlich nie die Chance haben. So eine Glanzpartie zu spielen. Nicht nur immer die ganz offensichtlichen Opfer. Aber ich möchte euch jetzt nicht ans Herz legen. Alle eurer Figuren zu opfern. Aber wenn ihr so eine Idee seht. Kann man ruhig mal ein bisschen mutig sein. Finde ich. Wenn das Opfer in die Hose geht. Nicht so schlimm. Aber dafür hat man die Chance eine Glanzpartie zu spielen. So wie diese hier. Und das ist es doch allemal wert. Wenn euch die Partie gefallen hat. Würde ich mich freuen. Wenn ihr einen Daumen da lasst. Und falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert doch auch gerne den Kanal. Ich mache eine Menge Videos. Und würde mich freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Euer Schachpanda. Ciao. Ciao.